Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Horizon, also Modpack Horizon, mit dabei ist wieder der Moody Fox. Und wir wollen heute einen Steg bauen, wo ein paar Boote stehen. Wir waren gerade so in der Höhle. Muss ich mal gucken, aus welchem Holz wir das bauen. Ich glaube, aus Standardholz. Ja, oh, das ist nett. Höhle rüber da. Komm, nutzen wir, nutzen wir das Holz, was wir alt haben. Habe ich eine Höhle, witz? Oh, ging die Sticks so? Nee, die ging, okay, wie ging die denn? Also, okay, bist gestorben? Ich bin gestorben. Oh. Geil. Also. Oh, ich habe es eh. Gut, so wo hat man die? Der Höhleneingang. Äh, der ist. Er ist. Bist er. Kaputt. Ah, da ist er. Okay, es ist alles noch da. Gut. Achso, da war das Skelett, das mich gekillt hat. Okay. Ich sehe, ich sehe einfach gar nichts. Ich würde sagen, ich fäll dazu. Das ist schon wieder so ein Mana-Creeper. Ich fäll dazu so ein Bauch. Oh, Gott. Ich glaube, der Mana- Wow, Mana-Elementar. Oh, die sind heftig. Er hat mir nur ein halbes Herz abgezogen. Ich weiß zwar nicht mehr, wie die aussehen, aber die waren, glaube ich, heftig. Das waren diese heftigen. Also, da ist mein Schmitz, okay? Dacht schon. Das schon, sind wir weg. Hm. Oh, ich freu mich mal, ich freu mich schon auf die Dungeons. Es soll ja richtig geile Dungeons hier geben. Mhm. Aber es wird sicher stressig, wenn wir sterben. Das könnte sein. Dann muss der andere höchstwahrscheinlich immer mitkommen. Oh. Oh. Die Schlucht. Ich hab nur noch Rotten Flesh zum Essen. Decker. Hm. Lol, hier sind ja noch Erze. Okay. Ah, ist schon wieder so ein... Ah, Air-Infused-Stone. Ich nehm die ganzen Infused-Stones mal mit. Aber ich hab schon mal geguckt, aus dem kann... kann man sich nichts craften von Rüstung oder... ähm... Ding her. Okay. Ah, das ist schon wieder Tertus-Quartz. Leider nur eins. Tertus-Quartz-Dust. Tertus-Quartz-Kristall. Wird das wahrscheinlich sein. Okay. Okay. Krieger ist tot. Ich mach hier runter. Wow. Das ist so ein Mahne-Elemental. Die nerven irgendwie mega. Mhm. Okay. Bissenschaden machen wir. Bullflure. Glaubst du, holen wir mal ein paar Gäste dazu, zum Projekt? Oder Zuschauer? Ja, könnten wir machen. Ja. Ja. Wär eigentlich geil. Hm. Ah, da ist das... A-Cain. Oh. Da bekomm ich so... Oh Gott. Ich wär fast ein Loch reingefallen, wo... 500... äh... Leute drin waren. Also... Okay. Und geh ich mal wieder rauf, weil ich hab keine... keine... Spitzhacke mehr. Alles noch, wir müssen roten flashen. Weil ich gehe mal pennen. Oh, nee. Da sind... Da sind Krieger. Das... Weil ich töten. Und tot. Sauber drin. Da. So. Jetzt kann ich noch den Kackbaum hier weiterbauen. Ja. Ich brauch den Bedringern. Kann man... Ich will mir den jetzt einfach nicht warten. Ich bin zufrieden dafür. Gehen wir das roten flash mal mit. Weil ich sonst nix habe. Gernis Holz brauche ich. Wie kann ich da lassen? Okay. Geh ich mal kurz auf... Höhlen-Touren wissen. Hm. Bin ich zu scherben. Vorher mach ich mir noch ne Hose. Und Schuhe. So. Immer schon die... Immer schon die Bäume nachfällen. Äh, nachpflanzen meine ich. Okay. Soll ich jetzt die... Rubies hier abbauen? Obwohl... Ne stimmt, die brauch ich ja nicht mal. Die haben nur so komische Rubies. Über... Ich war ja schon abgebaut. Oberohr. Guck mal hier oben lang. So. Um, sag ich jetzt. Ah, hier ist wieder so Zettusquartz. Das müsste eigentlich... Au. Ein bisschen reichen. Oder warte. Ich baue einfach eine Brücke hier. Und den Schläge baue ich dann da vorne. Okay. Uh, hier sind... Hier sind andere Rubies. Okay. Oh. Ah, ich bin gemetzelt. Hm. Oh. Das ist schon wieder Zettusquartz. Oh. 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 Oh, diese... Diese Skelette... Generell alle Mobs nerven. Ja, die nerven aber echt. Weil die Skelette sind mega OP. Hm, die machen irgendwie richtig Damage. Oh, ich hab drei... Drei Zettusquartz-Kristalle. Was kann man jetzt eigentlich aus den... Ah. Hey, ich hab vier Rubies. Uh. Oh. Oh, man kann... Ich will Attack Damage. LOL. Oh Gott. Was ist los? Oh, zwei Herzen. Okay. Oh. Ich dachte grad so, was ist jetzt... Was ist jetzt los? Okay. Ich hab vier Rubies. Und ein Rubies-Sword macht acht Attack Damage. LOL. Alter. Und da gibt's noch ein Sichel. Das macht sieben Attack Damage. Okay, wir haben... Wir haben noch zwei Minuten. Okay. Nehm ich einfach die nächste Folge in der Höhle auf. Ja. Ich würd sagen, wir produzieren erstmal so zehn Folgen vor. Oh, ja. Ich hab jetzt die fünfte und sechste. Bei welcher sind wir jetzt eigentlich? Bei der sechsten oder fünften? Oder fünften. Sechsten sie jetzt. Letzte war die sechste. Äh, fünfte und jetzt die sechste. Ah, okay. Ist das... Irre? Ne, das ist die gleiche Schlucht, glaub ich. Wir können uns ja mal ein paar Tipps geben, was wir mitnehmen sollen. Und was ich... Das wär sehr nett. Ich weiß, die Copper... Die werde ich wahrscheinlich oft vorbeilaufen. Und mich mitnehmen. Aber... Ja. Es ist jetzt nicht so schlimm. Oh. Freedom Creeper. Hier ist der Sackgaste. Nämlich ich nehm den wieder in diesem... Wir sind komplett. Das... Das müsste reichen. Warte, mach ich mir kurz ein paar Fackeln. Wär auch ne gute Idee. Hm. Ich werde auch mal die Zuschauer in meiner Folge was sehen. Ja. Glaub ich auch. Ah, also. Aber ich hab schon... einen Stack. Oder mehr. Ich hab genau einen Stack. Okay. Würde ich sagen... Sehen wir uns... Sehen wir uns... Sehen wir uns... In meinen Folgen wieder. Jetzt kommen erstmal die von Multifox. Also das war's jetzt mit meiner Folge wieder. Wenn's euch gefallen hat, lasst du positive Wörter. Schaut bei... Multifox... Vorbei. Der ist auch verlinkt wie immer. Und ja, dann würde ich sagen... Tschüss. Tschau. Tschau.